So, hallo Freunde meines Kanals. Ich möchte euch schnell ein kleines Update geben. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie sich das jetzt auswirkt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Grundsätzlich war es ja so, dass ich den Kanal aus Unwissenheit über mein privates Google-Konto veröffentlicht habe. Und das habe ich dann festgestellt, als ich jetzt den Namen ändern wollte. Ja, und ich musste jetzt hier einen Brand-Kanal erstellen. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, es ist alles glatt gegangen. Und wenn euch noch irgendwas auffällt, dann bitte einfach kurz Bescheid geben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Ansonsten, was hat sich geändert? Mal, wie gesagt, der Name. Ich habe jetzt POD, gemeinsam wachsen, den Kanal genannt. Weil es mir ja wirklich darum geht, ich bin ja selbst noch ein ganz kleiner. Und also ich meine jetzt im POD-Bereich, im YouTube natürlich auch, ist klar. Aber mir geht es darum, dass wir gemeinsam eben wachsen. Und ich möchte euch möglichst live an meinem Wissen, an meinen neuesten Erkenntnissen und Ideen und was auch immer teilhaben. Ähm, ich bin auch ein bisschen oder immer wieder mal jetzt gefragt worden, warum ich denn so mein, Anführungszeichen, Insiderwissen teile. Ich muss euch sagen, ganz ehrlich, ähm, ich glaube, der Markt ist für uns alle groß genug. Ähm, ich finde dieses, sorry, ähm, diese Geheimnistuereien, ich glaube, das bringt einen nicht unbedingt so viel weiter. Wenn man sich Videos anschaut, die immer nur die Hälfte zeigen oder eben aus dem Kontext gerissen. Deswegen ist mein Bestreben, dass ich euch möglichst, ähm, praxisnah die ganzen Sachen zeige. Ähm, jetzt zum Beispiel bei den Affinity Designers, äh, Affinity Designer Tutorials, so rum. Und, genau, ähm, deswegen gemeinsam wachsen. Dann, äh, gehen wir mal auf die Übersicht. Ihr kennt das ja schon, meine Uploads, da sind dann immer die, ähm, aktuellsten Videos. Sollte so zumindest sein, hier ganz links. Ähm, hier seht ihr die, äh, beliebtesten Videos. Und hier unten habe ich jetzt Playlists für euch hinzugefügt. Weil ich ganz einfach, ähm, ja, mir hat mal einer geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ihr unten am YouTube-Kanal oder, äh, in Facebook. Dass, äh, ich glaube, das war ein Facebook, eine vernünftige Playlist-Anordnung. Oder eine vernünftige Playlist, äh, Sortierung für ihn, er das ganz gut findet. Und ich kenne das schon selber auch, wenn ich Designs mache, äh, wenn ich YouTube-Videos gucke. Und, ähm, dann, ähm, auf dem Kanal was Spannendes finde und dann mir denke, ah, jetzt Teil 2 und dann gibt es keine Playlist. Und, ach, das nervt mich dann. Ich finde das ätzend. Deswegen habe ich, ähm, jetzt einmal hier Playlists eingerichtet. Ähm, das wird sich nach und nach noch erweitern. Und, gut, ich denke, das macht jetzt auch Sinn, nachdem ich jetzt, äh, ja auch Einnahmen machen werde, ähm, die Affinity-Tutorials. Und, ganz neu, ta-ta-tam, der Design-Friday. Ähm, um 16 Uhr, glaube ich, habe ich es eingestellt, sollte ein Video, äh, online gehen. Und zwar werde ich da wieder ein Design erstellen mit euch zusammen, dass ihr das, äh, Schritt für Schritt nachmachen könnt. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich eben, äh, jeden Freitag jetzt, äh, entsprechend ein, ein Video machen werde, wo ich ein Design, das ich selbst, äh, gemacht habe und ich selbst auch schon live habe oder live stellen werde. Wobei, das waren bisher jetzt immer alle, äh, live, ähm, bereits, ähm, online oder auch geuploadete Designs. Und, ähm, das nenne ich jetzt einfach mal Design-Friday. Ich finde, das klingt ganz lustig, auch wenn ich mit dem Englischen auf dem Kriegsfuß stehe, aber Design-Freitag klingt irgendwie nicht so spannend. Naja, egal, wie dem auch sei. Ähm, dann, klar, Videos, ganz normal, sieht man alle Videos. Und der Playlist, keine Ahnung, warum da jetzt eigene Playlist und Playlist nochmal kommt. Ähm, müsst ihr mich mal genauer beschäftigen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein YouTube-Profi, das ist für mich auch alles das erste Mal. Deswegen habe ich jetzt hier, äh, auch, äh, keine Ahnung, warum das so ist. Mich stört es jetzt auch nicht, wenn da jemand vielleicht einen Hinweis für mich hat, gerne in die Kommentare. Ansonsten ist es halt einfach so. Okay, das war ein kleines Update. Und dann werden wir uns voraussichtlich in dem Video um 16 Uhr sehen. Ich bedanke mich, wir sehen uns. Und dann sehen uns so ein kleines Update. Untertitelung des ZDF, 2020